Heyo zusammen, willkommen ganz kurz zu Weekly Otakus. Es gibt mal wieder eine kleine Ansage zu machen. Ihr habt es vielleicht am Titel gelesen. Anime, die kaum jemand kennt. Und zwar, wie einige von euch wissen, wurde ja mein Hauptkanal Manganieme gehackt. Ich starte ihn nochmal von neuem. Also ab 0 Abonnenten momentan sind wir so 250. Ich habe die alten Folgen, also die Manganieme Show, das Otaku ABC und und und. Wieder alles neu hochgeladen. Ist jetzt noch nicht so erfolgreich angenommen worden. Um die 20 Aufrufe würde ich sagen. Da geht noch mehr. Schaut da mal vorbei. Viele haben es wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Wie gesagt, manganime.de, der Hauptkanal. Der erste Link in der Beschreibung. Und wie ihr wisst, bin ich ja Fan von Anime außerhalb des Mainstreams. Und ja, ich will die Manganieme Show weitermachen. Ich will die Reviews weitermachen, etc. Und da will ich für die nächsten Ausgaben mal wieder ein paar spannende Titel im Programm haben. Und da habe ich an euch gedacht. Und deswegen, wie im Titel gesagt, schreibt mir mal ein paar Anime in die Kommentare, die ihr richtig gut fandet und die nicht so bekannt sind. Ich bin gespannt. Wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video und ciao.